F1 2022 ist neu erschienen und für rund 60 Euro auf SteamVR und bei Origin verfügbar. In diesem Video bekommt ihr meinen ersten Eindruck von diesem Game. Ich probiere das Ganze aus mit Virtual Desktop und der Quest 2 und möchte euch dann einfach mal zeigen, wie weit man denn da mit den Touch-Controllern kommt, wie weit man da Maus und Tastatur braucht oder ob ich euch ein Gamepad empfehlen würde. Das alles erfahrt ihr jetzt gleich in dem Video. Wenn ihr auch wissen wollt, wie ihr Wireless-PC-VR-Games auf eurer Quest spielen könnt, dann schaut doch mal in diese Infokarte. Da habe ich euch eine ganze Playlist mit hilfreichen Tipps, Tricks und Tutorials hinterlegt, die euch in jedem Fall helfen werden und da findet ihr eben auch ein SteamVR-Tutorial. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu F1 2022. So, wir sind jetzt hier in unserer SteamVR-Home-Umgebung und wenn ihr wissen wollt, wie ihr SteamVR- und PCVR-Games allgemein auf eurer Quest installieren könnt, dann schaut doch mal ebenfalls in diese Infokarte. Da habe ich euch die wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials hinterlegt, die jeder Quest-Nutzer kennen sollte. Unter anderem auch ein Tutorial, wie ihr das einrichten könnt. So, und jetzt gehen wir hier oben auf F1 2022 und starten das aus dem Headset raus und ich stelle mich mal so an, als hätte ich da nicht reingeguckt. Und wir entdecken das jetzt mal gemeinsam zusammen. Okay, jetzt gucken wir mal, wie weit wir hier bei der Laden abgeschlossen, wie weit wir hier mit unserer Controller-Steuerung kommen. Augen und Gesicht zucken, zucken oder zittern von Armen und Beinen. So, und jetzt fängt es nämlich schon an. Guck mal, wir sind jetzt hier in der Startumgebung und wir haben den VR-Modus gestartet über Virtual Desktop und unsere Controller helfen uns einfach nicht weiter. Das heißt, einfach hiermit vor den Bildschirmstellen bringt nichts. Ihr braucht jetzt eine Maus und eine Tastatur. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Da können wir jetzt hier Text scrollen, Pfeil rauf und runter. Auch eine Maus ist jetzt hier gerade nicht da. Und ich muss ja sagen, ich fand ja schon, das hat EA schon hart verkackt bei Star Wars Squadrons. Auch da musste man so steuern, anstatt einfach dann hier irgendwie mal unsere Touch-Controller mit einzubinden. Ja, hierfür ist jetzt wohl in erster Linie Codemasters verantwortlich. Aber, ne, guck mal hier, ich habe hier eine Maus, aber mit der kann ich nichts machen. Ich muss jetzt hier Text scrollen, Pfeiltaste runter. Ich hätte mal meine Tastatur sauber machen können, bevor ich das Video hier mache. Ich bin sonst immer, ja, egal. So, Verbindung zu Online-Diensten. Also ihr müsst wirklich hier mit einem Maus und Tastatur-Setup in der Virtual Reality, wie gesagt, ich fand es schon bei Squadrons schlecht. Tja. So ist das. Was sieht man denn jetzt hier in der Brille? Ach, guck mal, jetzt hier haben wir eine Identitätsüberprüfung. EA-Konto erforderlich. Wiederholen. Ja, wieso das? Auswählen. Ja, wiederholen. Warte, müssen wir das jetzt, ach, das müssen wir hier im Headset machen. Verbindung. Was? Hallo? Verbindung mit Online-Diensten. Also, wiederholen. Nochmal. Verbindung mit Online-Diensten. Dann kommt jetzt hier die Identitäts- Ah, da, 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 da. Schick mir eine SMS. Ja, komm, schick mir eine SMS. An dieses Gerät erinnern. Ja, Verbindung zu Online-Diensten wird hergestellt. Aber guck mal, da, da oben auch die Adresse. Error. Ähm, ich bin entzückt. Müssen wir nochmal neu starten, oder was? Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Format ist ungutig. Vielleicht nochmal auf Zurück. Aktuelles Spiel. Zurück zum Spiel. Erforderlich. Okay, dann kommen wir jetzt hier wieder. Dann ist er da zumindest wieder. Okay. Ach, guck mal, jetzt hat es irgendwie geklappt. Jetzt haben wir die Gamma-Anpassung hier im Headset. Kann ich jetzt hier links, rechts. Ja, ihr seht halt, es wird immer heller. Aber ich fand 100 jetzt eigentlich okay. Okay, so, hier können wir noch die Untertitel anmachen, Untertitelsprache. Und wenn wir damit fertig sind, dann bestätigen wir und weiter geht's. Hier in deinem F1 Live kannst du die Supercars in deiner Sammlung betrachten, den virtuellen Showroom besuchen, die Trophäen in deinem Schrank bewundern. Okay, alles mit Tastatur. Ich glaube, die Touch-Controller können wir endgültig zur Seite packen. Ja, komm. Kann ich denn jetzt hier irgendwas? Weil, guck mal, die Controller, die sind komplett für, okay, für die Buchse. Das heißt, die können jetzt zur Seite. Okay. Supercar freischalten. Ja, klar. Wenn wir den schon geschenkt bekommen, aber ich will ja Formel 1 fahren. So, und jetzt haben wir hier eine komplette Tastatursteuerung. Können wir denn jetzt hier irgendwo wussten meine Maus? Wir können ja auch nichts anklicken. Haben wir, warte mal. Haben wir eine Gamepad-Unterstützung? Na, komm. Gamepad-Unterstützung ist da. Also, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ist auf jeden Fall ein gutes Stück komfortabler. So, und jetzt gucken wir mal. Äh, Solo, Grand Prix, F1, 22, Bahrain. Die Strecke kenne ich nicht. Ich möchte Australien kommen. Wenigstens eine, die ich kenne. Ich war früher tatsächlich, wähle mein Team. Ich weiß gar nicht, was im Moment so angesagt ist. Gucken, was hört sich hier? Williams. Kenne ich noch von früher. Wähle deinen Fahrer. Das ist mir eigentlich relativ egal. Latifi oder Albon. Keine Ahnung. Gelegenheitsfahrer. Ja, komm, Gelegenheitsfahrer. Wir müssen das ja jetzt hier nicht übertreiben, ne? So, dann starten wir jetzt mal das Event. Ich habe früher auf dem N64 tatsächlich unfassbar viel Formel 1 gespielt. Mit der PlayStation 3 kam es dann noch mal wieder. Und, ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Weil eigentlich bin ich da echt ein großer Fan von. Und das ist vor allem auch eine Strecke, die ich kenne. Ich bin der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole. Und daneben steht Charles Leclerc. Ist Verstappen so jung noch? Die herstliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Sainz. Ja, ja, komm, ist egal. Oh, jetzt sind wir hier. Oh, jetzt haben wir hier aber. Ich weiß, du bist, also lass mich heute nicht hängen. Oh, es flackert ein bisschen. Boah, jetzt hier im Kopf. Oh, da setze ich mich mal gerade hin, ey. Und dann in die Ampel. Alter. Ja, von der Steuerung, so wie man es gewohnt ist. Rechter Trigger Gas geben, linker Trigger Bremsen. Wo, 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 wo. Nein, 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 nein. Wer drückt mich denn da weg? Was ist das für ein Assi, ey? Mann! So, im Moment muss ich sagen, also, ich würde mir wünschen, dass man es mit einem Touch-Controller spielen kann, aber mit einem Gamepad ist auch nicht schlecht. Und man kriegt halt dieses Im-Renn-Wagen-Feeling. Echt krass. Wie viele Runden müssen wir denn fahren? Ja, was ich halt gelesen habe über dieses Spiel, was total für die Buchse ist, ist, das ist ein Spiel, wofür man, wo ich ja gerade auch mein Origin-Account registrieren musste. Was man über Origin kaufen kann und über Steam. Ich habe es jetzt bei Steam gekauft. Und es gibt kein Crossplay. Okay, es gibt kein Crossplay zwischen Origin und Steam. Was ist das denn? Ach so, scheiße, 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 scheiße. Der war rechts, wie kriege ich das Menü? Ich will das Menü da rechts wegkriegen, so. Okay, also da können wir so Boxenstop oder so anmelden, wenn ich den rechten hier oben Trigger drücke. Der rechte, äh, die rechte Schultertaste war nicht. Alles, was Zeigefinger angeht, ist man von der Quest so gewohnt hat, als Trigger zu bezeichnen. Oder allgemein in der Virtual Reality. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie das hier mit den Bildern pro Sekunde ist. Also normalerweise braucht man ja so 70 bis 80, damit einem nicht direkt schlecht wird. Ich habe hier so den Eindruck, dass wir, ne, also ich habe jetzt hier keine Tools, die das auswerten können dran, aber ich habe so den Eindruck, mhm, die erreichen nicht immer 70 FPS, sondern das kann auch mal hier und da ein bisschen einbrechen. Na komm, mach, ich muss... Das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Wer von mir? Ja, und man hat halt diese Cockpit-View, die schon echt geil ist. Immer so nach links. Aber man guckt sowieso nicht nach links und nach rechts, also mal ganz im Herzen. Also jetzt hier, das ist, das ist, man ist da so drin und muss so aufpassen, dass man hier nicht irgendwo gegenfährt. Ich habe jetzt gar keine Zeit nach links zu gucken. Also da macht es wirklich nicht so einen großen Unterschied, ob ich jetzt an einem Bildschirm spiele oder in der VR. Oha. Geil wäre jetzt hier natürlich noch ein Lenker, was die Immersion, aber ich sage mal, wenn ich jetzt hier nach rechts gucke, ja, ja, klar habe ich dann da Cockpit, aber ich habe auch, weil es hier eben so rasant vorangeht, immer den Eindruck, ich würde dann jetzt gleich die nächste, die nächste Kurve verpassen. Und ich meine, wir sind hier ja nicht beim Sides... Och, scheiße. Wir sind hier ja nicht beim Sidesweak. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe den Eindruck, über Virtual Desktop läuft das echt stabil. Wenn ihr aber das ganz ernsthaft betreiben wollt, würde ich euch da eher eine Kabel binden. Mann! Och, komm, du dummes Stück A... Die letzte Runde des Rennens. Oh, ey, das zieht mich hier aber wieder richtig rein, ey, so ein Scheiß. Ich liebe Formel 1. Also, nee, ich gucke überhaupt... Früher habe ich auch Formel 1 geguckt. Aber da würde mich aber interessieren, guckt hier noch Formel 1? Schreibt es mal mal in die Kommentare. Früher habe ich wirklich so Formel 1 geguckt, so diese Schumacher-Zeit. Ich glaube, da hat irgendwie jeder Formel 1 geguckt. Und das war so gerade Schumi, Mika Hecken, klar, aber auch nachher, wo Ralf Schumacher bei BMW groß geworden ist. Kampf zwischen Michelin und Bridgestone. Das war so meine Formel 1-Zeit. Wow, 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 wow. Und da habe ich das auch viel gezockt. Zocken tue ich es immer noch gerne, aber ich gucke gar keinen Formel 1 mehr. Das zieht so komplett an mir vorbei. Da würde ich mich immer interessieren, wie ihr denn so zu Formel 1 steht. Aber hiervon eine abgespeckte Version auf der Quest wäre echt nice, weil so ernsthafte Rennspiele haben wir halt relativ selten auf der Quest. Komm, wir müssen jetzt die letzte Runde, wenn wir jetzt nicht überholen. Alles oder nichts. Wer hat denn sowas gemacht? Ich lasse mich nicht zurückfallen. Ich will noch mehr überholen. So. Ja, ist mir egal. Die Rennleitung hat deine kreative Interpretation, was die Strecken... Meine kreative Interpretation? Was soll das denn heißen? Fahrer des Tages auf Platz 18, Alexander Albon. Ist das hier irgendwie... Warum? Warum nur? Stefan, was hat heute... So, und hier können wir dann... Ich könnte mal eben weitermachen, zumindest mit dem Controller. Wer war nach diesem unglaublichen Renntag? Dein Fahrer des Tages, Stefan. Interessante Frage heute. Alles in allem würdig Alexander Albon nominieren. Ein wirklich solides Rennen von ihm heute, auf das er und sein Team stolz sein sollten. Das ist hier so Sonderpädagogik, damit wir weiter Spaß an dem Spiel haben. So. Ähm, Podiumspass. Wie bitte? Itemshop? Moment, ich habe dieses Spiel... Ich habe dieses Spiel gekauft für 60 Euro. Und hier gibt es einen Itemshop. Guck mal hier, F1 22 Championship Bundle. Kannst du Zusatzinhalte für 19 Euro neu kaufen? Dann hast du 80 Euro ausgegeben. Guck mal hier, Bitcoin. Ah, guck mal, kannst du noch Bitcoins ohne Ende, damit du dann auch... Ach, nee, komm. Also, das finde ich assi. Das ist richtig scheiße. Zwei-Spieler-Karriere. Erlebe die gesamte Karriere von F1 22 mit einer befreundeten Person an deiner Seite. Spielt zusammen oder gegeneinander und kümmert euch... Das ist natürlich cool, dass man dann so eine Saison zusammenfahren kann. Ansonsten Einzelspieler-Karriere. Mehr Spieler-Rennen sind halt allgemein möglich. Ein LAN-Spiel, Split-Screen-Spiel macht natürlich eben unterm Headset keinen Sinn. Und ja, hier eben der Nachteil, dass Origin und Steam VR sind halt nicht kompatibel. So, F1 Live, Supercars, virtueller Showroom, Trophäen, Kino-Modus habt ihr da noch. Virtueller Showroom. Ach, da könnt ihr euch dann die Karren angucken. Ja, also wer jetzt hier so ein Auto-Fetisch hat, der wird hier voll auf seine Kosten kommen. Ansonsten muss ich sagen, es ist schon nicht schlecht gemacht tatsächlich. Hier und da merkt man... Also, ich finde es halt zum Kotzen, dass ich das jetzt nicht mit Touch-Controlern spielen kann, sondern hier so eine umständliche Art und Weise wählen muss. So, genau. Hier fahren wir jetzt durch die Wüste. Ansonsten könnt ihr Boxen-Stops anmelden, so wie ihr es bei Formel 1 kennt. Die Einstellung eurer Flügel ändern, damit ihr auf der Geraden schneller seid oder eine bessere Kurvenlage habt. Was ist da los? Ach so, das waren wir. Boxen-Strategie mit inbegriffen. Wie viel tankt ihr? Wann müsst ihr das nächste Mal in die Box? All das könnt ihr euch wie bei den klassischen Formel-1-Spielen auch überlegen. 60 Euro ist natürlich eine ganze Stange Geld, die ich bereit bin zu bezahlen für ein gutes Spiel. Gerade das hier ist ja auch in der Virtual Reality jetzt spielbar. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es in der Virtual Reality spielen würde, weil ich es halt, wenn ich sowieso Tastatur benutzen muss, ist es halt so umständlich dann unter der Quest, weil man sieht nicht die Tastatur. Beste Möglichkeit, wie hier jetzt noch mit einem Gamepad oder mit einem Lenkrad. Aber man guckt hier sowieso, ich mein, ihr habt jetzt wahrscheinlich in dem Video gemerkt, wie oft ich mal nach links oder, mein Gott, mal nach links oder mal nach rechts geguckt hab. Aber man hat hier eh nicht so die Möglichkeit, sich groß umzugucken. Und wenn man nach links und rechts guckt, dann hat man auch so ein Flackern, weil eben die Framerate nicht so ganz optimal umgesetzt ist in der Virtual Reality. Aber ich glaube, dieses Spiel, ja, es hat mich wieder so ein bisschen angesteckt, ehrlicherweise. Und ich glaube, das werde ich in Flat wohl mal wieder zocken. Und da mal gucken, was so drin sitzt. Na komm. Neue Ranglistenposition. Also, es wird ja auch immer aktualisiert, auf welchem Platz in der Weltrangliste ihr unter allen Fahrern seid. Und ich bin jetzt gerade irgendwie durch meine Rundenzeit auf Platz 42.000 irgendwas vorgerutscht. Jetzt fahren wir mal hier eine Runde ernst. Volle Konzentration. Das ist Knallgas. Und wir sind 1,7, 1,8 Sekunden vorne. Komm, ich jetzt einfach durchhalten. So, guck mal, wir sind jetzt auf Weltranglisten, Platz 32.000. Ja, Leute, und ich würde sagen, ich habe jetzt hier irgendwie, ach, jetzt können wir uns das hier nochmal in der Wiederholung angucken. Will ich aber gar nicht. mein kurzes Fazit am Ende. Ich habe drei Kritikpunkte oder drei Punkte allgemein, die ich anmerken möchte. Also, zum einen ist es so, dass das Game nicht optimal für die Virtual Reality angepasst ist. Ich hatte immer wieder Frame Drops festgestellt. Zusätzlich muss ich sagen, dass die Steuerung ziemlich verhunzt wurde. Das hat aber EA auch schon, beziehungsweise, jetzt eigentlich ist es ja ein Codemasterspiel, Publisher ist ja nur EA. Trotzdem war es ja auch unter dem Deckmantel EA, Star Wars Quadrants. Auch da hatte man keine vernünftige Einbindung. Der Touch-Controller war total ätzend. Auch da musste ich mich, um mein First-Impression-Video zu machen, hier an den Schreibtisch setzen. Ist eigentlich nichts, was ich möchte. Ich würde mir dann eben wünschen, dass die eben die Touch-Controller entsprechend einbinden. Gut ist, dass eine Gamepad-Unterstützung dabei war, aber auch nicht optimal. Wir brauchten am Anfang wirklich Maus und Tastatur. Wahrscheinlich wäre es auch direkt mit dem Gamepad gegangen, aber ich habe erst später dran gedacht. Ja, das erst mal zu dem Thema Virtual Reality. Ich halte das für ein gutes Flat-Game, was aber wieder an Abzock gegrenzt ist, dass es 60 Euro kostet und es dann noch fette In-Game-Transaktionen gibt. Ich finde, das muss einfach nicht sein. Dann soll man sich doch Gottverdammt noch mal seine Inhalte freizocken können und dann damit prahlen können, was man in diesem Game erreicht hat. Ob es dann wirklich sein muss, dass man bei einem Spiel, wo man optional 60 oder 80 Euro ausgegeben hat, noch Münzpakete zu kaufen, die die 35 Euro kosten, sei mal so dahingestellt. Ich finde das ein bisschen kritisch. Ja, und ich denke, das ist hier das bessere Flat-Game. Das ist hier das bessere Flat-Game. Da geht nicht viel Immersion verloren. Also dieser VR-Vorteil, den habe ich gar nicht als so groß wahrgenommen, außer, dass die Außenwelt um einen rum ausgeblendet wird. Aber da könnt ihr euch auch in dunklen Raum setzen. Also hier finde ich es jetzt nicht so einen großen Mehrwert, mit der Quest das Ganze zu spielen. Aber ja, wenn ihr in der Box seid und da nach links und nach rechts guckt und guckt, was die Boxen-Crew macht, da kann es dann schon sehr immersiv sein. Aber auf der Rennstrecke habt ihr eh keine Zeit, euch umzugucken. Und da fand ich es jetzt, wenn ich es an dem Bildschirm damals gespielt habe, nicht viel weniger immersiv als jetzt gerade unter der Quest. Aber ja, ein gewisses Upgrade habt ihr natürlich, dadurch, dass ihr euch eben umschauen könnt, aber dass ihr mal den Kopf um 90 Grad nach rechts oder um 90 Grad nach links packt, ich habe es genau umgekehrt gemacht, das passiert halt relativ selten. So und das sind meine Gedanken zu F1 2022. Überteuert, nicht gut angepasst und alles, was ich gerade gesagt habe. Jetzt bin ich aber gespannt von euch zu lesen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da.